Die Zeit von damals und heute ist ja, wie das organisiert war, wunderbar gewesen. Von Haus heraus war die Post gegangen, zu den Nachbarn, von Nacht und denen und wieder zu denen. Und in ein paar Stunden sind die Polizisten von Bleiburg rausgegangen, auf die Jagd, auch die Partisanen oder Banditen haben sie gesagt. Und wir haben es schon gewusst. Und bei jedem Haus haben wir sich ausgeredet, eine rote Fahne, Gefahr, weiße Fahne, frei. Ich habe auch schon gewusst. Außerdem, dass die Polizei bei der Nacht gekommen ist, in der Nacht, da war die Nachrichtenversorgung nicht so gut wie beim Tag. Aber es hat funktioniert.